Ein überreizter Darm ist wie eine überlastete Stadt. Gerät das Ökosystem einmal ins Ungleichgewicht, ziehen die essentiellen Darmbakterien, die guten Bürger weg und der Darm wird anfälliger für Reizungen und Entzündungen. Auch die Torwächter sind schnell überfordert und die Darmschleimhaut verliert ihre schützende Funktion. Die Stadt und ihre Bewohner sind weiterhin den schädlichen Einflüssen ausgesetzt, das Stadttor steht unkontrolliert offen und auch die umliegenden Regionen werden nun belastet. Auch die Initiative, neue Bürger in die Stadt zu bringen, scheitert langfristig. Denn wer möchte schon in einer solchen Stadt leben und seine Wirkungen falten? Genau hier kommt MedDarm Repair zum Einsatz. Der darin enthaltene PMA-Ciolit bindet Schadstoffe und entlädt zeitgleich natürliche Mineralstoffe und Spurenelemente, die helfen, das Darmmilieu zu stabilisieren und zu optimieren. Auf diese Weise hilft es, Schäden in der Darmwand zu reparieren, stärkt das Immunsystem und trägt so zur Regeneration des Darms bei. So wird auch deine Darmwand gestärkt, sodass wieder kontrolliert wird, was in den Organismus darf und was nicht. Durch seine wissenschaftlich bestätigte Fünffachwirkung unterstützt MedDarmRepair deine Darmgesundheit ganz nach dem Motto Schadstoffe raus, Gesundheit rein. Panaceo, dein Experte für Darmgesundheit. Powerwirkung 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 Vielen Dank.